Das geht doch nicht. Okay. Gut, dann gehen wir gleich nochmal vor und schauen. Aber Plan habe ich jetzt nicht wirklich einen. Okay. Klingt gut aus was? Nein. Irgendwie nicht. Ja. Boah, das wird dann ab. Das geht jetzt nicht aus. Aber überhaupt nicht. Weil man nicht drückwärts gehen kann. Jetzt. Oh, nein. Ja. Puh. Boah, wir sind ganz schön zerstört. Oh, Fäden. Fäden sind ganz schlecht. Fäden können wir uns nicht leisten. Okay, dann verbinden wir uns mal. Da, genau. Genau, und dann... Warten wir mal die Fäden ab. Okay, wir sind tot. Gut, was ist jetzt das Ziel, was wir haben? Das ist die Frage. Was ist jetzt dieses verfluchte Ziel? Oh, Gott, wir sind tot, wir sind tot, und ich lasse es nicht passieren. Ja. Jesus, nein! Sie werden einfach immer wieder kommen. Was? Ach so, ja, voll. Mein Blickfeld ist ja gleich zu... behindert. Ha. Das hat sich jetzt nur mit dem Waffenton geschlagen. Das ist behindert. Woher gehen sie hin? Komm zurück, ihr Fisch-Face-Bastards! Ja. Das war ein knappes Gehör. Fisch-Face-Bastards. Gut gemacht, Hanson. Ja. Ach so. Gut. Ja, komm. Take cover! Mann, seid ihr dumm? Seid ihr dumm? Hallo? Hallo? Seid ihr dumm? Und ihr seid... Dumm. Oha! Oha! Den hat's weggeschleidert. Ist das Schiff wie Cannon? Oh nein. Da sind Lichter auf dem Riff. Ich glaube, es braucht keine Naturheit, die es ist der Cannon. Ja. Es sieht, wie es eine Art Schiff auf dem Riff gibt. Jack, versuche den Cannon-Skop, um einen besseren Blick zu sehen. Ich sehe nichts. Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Es tut mir leid. Da kann ich nichts machen. Immer diese... Call of Cthulhu-Räse, die ich überhaupt nicht schaffe. Ich sehe nichts. Ja, doch. Das sind doch keine. Gut. Das bin ich genau in der Mitte. Jetzt muss ich höher schießen. der verschwindet einfach irgendwo im nirgendwo komm halt dich fest halt dich fest verdammt ich durfte die ganze Zeit essen und er steht nur davor und macht nichts ich versteh es nicht ich hab keinen Plan ich hab null Plan wirklich ich will das jetzt schaffen was soll das was ist eigentlich der Cheese nein da passiert leider nix das ist ja das Problem was ich hab ja na kommt immer wieder Welt wir hatten nur die Kanone zur Verfügung sonst nix was könnten wir machen oh vielleicht sollte ich ihm mal anreden und sagen dass ich nix gefunden hab ja ok ja ok na irgendwie nicht irgendwie nicht ich seh da keine Lichter das ist das Problem was ich hab bin ich nur blind oder bin ich blöd oder oder überreiß ich's nicht na wo ist dein Licht vielleicht vielleicht oben irgendwo nein nein ok da kommt verdammt nochmal kein Licht oder das ist gut lass uns nochmal abbringen damit Ah, das kotzt mich dezent an. Tja, das kommt davon, wenn ich die Taten schon achtmal gespielt habe. Und du läufst und ich gebe deinen Kopfschuss, aber du stirbst dabei nicht. Komischerweise. Können wir uns gleich verbinden, haben wir für später nichts. Juhu! Ja, gut, von wo kommen wir jetzt? Die verdammten Lichter. Ich check's nicht. Ich seh da keine Lichter. Ich seh da gar keine Lichter. Gar nichts. Nein. Ist das mit meiner Anzeige broke? Nein, das kann ich jetzt nicht auf irgendwelche Anzeige packen. Aber jetzt habe ich keinen Plan mehr. Ja. Ja, okay, mach ich mal, ja. Gute Idee, könnte ich mal ausprobieren. Gute Idee, könnte ich mal ausprobieren. Ah, Kotzbrechreiz. Ah, warum komme ich da nicht drauf? Das könnte ich noch mal ausprobieren. Da sind nirgends Lichter. Bin ich blind, oder? Was soll das? Da sind nirgends Lichter. Vielleicht... Was ist das denn für ein Wack da? Also, ein Stern. Komm, einmal noch. Ja. Und weg, aus. Ja. Uh, das war knapp. Das war sehr knapp, ja. Jetzt ist noch nicht Zeit für das. Okay. Vielleicht W, A, äh, D, F, E, R. Was macht R? R macht gar nichts. Ja, da ist offensichtlich ein Klappe gebacken. Oh, jetzt bin ich zu spät, wie es ist. Nein! Oh, 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 das war sehr, sehr knapp. Sehr knapp. Hey, Tupi. Hey, Tupi. Ja, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Was jetzt, Winner? Use the cannon scope, Jack. There are some strange lights coming from the reef. Ja, na, gebe nicht. Schau dich mal um. Das sind nirgends solche behinderten Lichter, von denen du die ganze drehtest. Everyone, take cover! Mann! Ich hab echt keinen Plan. So, ich wollte reinlaufen. Ja, das einzig blöde ist, dass ich die Lichter suchen soll, es aber keine Lichter dort gibt. Das ist einzig, ja, richtig blöde. Ja, okay. Was für ein Zufall. Eine Tür ist mal abgeschlossen. Ja, gut, wo kann ich jetzt meine Cover take? Es ist lockt. Gut. Ich kriege Schaden, ja. Ich kriege Schaden, 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 Schaden. Ich sterbe. Da bin ich schon wieder tot. Und ich bin noch kein Millimeter weitergegangen. Ich bin noch nie. Okay. Und, kommst du jetzt wieder um die Ecke? Wenn ich oben bin? Oh, jetzt ist wieder der Zeitloppertempo. So. Und... Bäm. Ja, diese Zeitlupe ist ganz schön langsam. Mann. Das war eine nahe Begegnung. Gut gemacht, Hanson. Die meisten der Crew sind tot, Jack. Warum das Retreat? Ich auch nicht. Das regt mich auf. Ich bin ja nicht mal so ein geduldiger Spieler. Ich frage mich sowieso, wie ich das bis jetzt durchgehalten habe. Aber das... Es gibt ja nur eine Möglichkeit, das ist das Problem. Die einzige Möglichkeit ist nämlich, dass ich diese Dreckskanone nehme und mich mit der Dreckskanone umschaue. Ja, okay. Ja, wirklich, wirklich. Okay. Rechtsklick hatten wir schon. Die mittlere Maustaste hatten wir noch nicht. Probieren wir mal alle Tasten durch. Oh, da habe ich S erwischt. Oh, und jetzt gehen wir wieder in Deckung. Das ist sowieso ohne X9, weil wir sowieso nicht hatten. Ja, ich bin ein optimistischer Mensch, also... Wir werden schon irgendwie schaffen. Und weil die Regen tropfen so wunderbar schön ausschauen. Wie? Super. Doch, es ist die perfekte Zeit. So wie jedes Mal, wenn du das sagst, zeige ich das selber drauf. Ja, was passiert mit der Kugel? Gar nichts, oder? Okay, dann versuchen wir mal, wieder zu schießen. Los, komm. Schießen. Wo bin ich jetzt? Ah, da. Es ist Riff. Und das geht sich aus. Und wie sich das ausgeht. Oh, der bleibt reden. Oh, jetzt sind wir da. Halt, du. Nein, wir sterben nicht. Nein, wir sterben nicht. Nein, wir sterben nicht. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind nicht gestorben. Okay. Was ist unser Ziel? Es kommen Lichter von dem Riff. Angeblich. Angeblich. Ich finde ja nicht. Er meint schon. Gut, ja, dann sterben wir nochmal. Und... Und... Dann sind wir im Speicher. Und... Der ist im Speicher. Und derjenige. Ah, das geht sich nicht aus. Schade. Hätte ich schon gedacht. Oh, Zeitlupe. Und tot. Gut, ja. Ich werde mich jetzt irgendwie schlau machen, wie ich das jetzt schaffe. Die Geduld habe ich jetzt nicht mehr dafür. Und... Ja, ich bedanke mich für das Zusehen. Wie immer. Und ja, bis zur nächsten Episode von Call of Cthulhu Dark Corners auf. Ja, also bis dahin. Ciao.